Herzlich Willkommen, hier ist Juser Paul mit dem Thema Rizzle. Heute, wo die Nachricht rauskam, Facebook kauft WhatsApp für 13 Milliarden Euro oder 19 Milliarden Dollar, möchte ich eine Alternative vorstellen, den Messenger Rizzle. Was so viel bedeutet wie Pfeife oder Pfeifen. Laut eigener Aussage schützt Rizzle zu finden auf der Seite Rizzle.im. Die Privatsphäre unterstützt eine moderne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und es werden keine persönlichen Daten benötigt. Rizzle ist Open Source und findet man auch bei GitHub.com. Es ist ein kostenloses Programm, deswegen würde man eine finanzielle Unterstützung sehr begrüßen. Rizzle gibt es für den Browser und Android. Weitere Plattformen sollen folgen. Es gibt aber nicht nur Rizzle, sondern auch noch andere Apps. Und zwar gibt es außerdem noch Threema zu finden unter der Seite www.threema.ch Dann gibt es noch ChatSecure auf der Seite chatsecure.org. Anleitungen und Erklärungen findet man auf den jeweiligen Seiten. Dann findet man auf der Seite www.threema.ch www.threema.ch Das Programm TextSecure Unter surespot.me findet man das Programm SureSpot Und am Ende noch findet man unter Hameless das Programm Hameless Das war User Powerful Open Screencast. Ciao und viel Glück!